Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen klettert das Quecksilber schon wieder bis auf 14 Grad. Mit Niederschlägen starten wir in den Tag, später reißt der Himmel auf und die Sonne lässt sich blicken. Am Freitag dürfen wir uns auf einen Hauch von Frühling freuen. Dann erreichen wir schon wieder rekordverdächtige 17 Grad. Der Westsachsenhimmel kommt Wolkenverhang daher, mit Niederschlägen ist eher nicht zu rechnen. Der Samstag zeigt sich bei Tageshöchstwerten von 10 Grad trübe und zugezogen. Mit Regenschauen starten wir in den Sonntag, die lassen später nach, Sonnenschein bleibt jedoch Mangelware. Die Temperaturen bewegen sich dann im oberen einstelligen Bereich. Du musst an sich bei Tageshöchstwerten von 10 Grad« zu nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020